Tag zusammen! Ja, bevor wir gleich mit dem Video starten, Abo-Treffen. Da habt ihr schon lange drauf gewartet, wir auch, nun ist es soweit. Und wir wollen gerne wissen, wo kommt ihr her? Kommt ihr aus dem Norden, kommt ihr aus dem Süden? Was wollt ihr fahren? Wollt ihr Trails fahren? Wollt ihr Bikepark fahren? Lasst es uns wissen, schreibt es in unsere Kommentare, schreibt es einfach in die Kommentare, wo ihr herkommt. Was ihr fahren wollt, ob ihr lieber Bikepark wollt, ob ihr irgendwelche Trails wollt. Und wenn ihr auf irgendwelchen Trails fahren wollt, bitte beachtet, wir möchten filmen und dass das legale Trails sind, dass das offizielle Trails sind. Ja, und wer uns kennenlernen will, wie gesagt, Abo-Treffen. Und wenn wir das ausgewertet haben, wo ihr dann herkommt, dann werden wir das im nächsten Video bekannt geben. Wenn viele aus dem Süden kommen und viele aus dem Norden kommen, dann heißt das nicht, dass der eine oder andere Pech gehabt hat. Nein, dann machen wir halt noch ein zweites Abo-Treffen und dann fahren wir dann dementsprechend dorthin. Also, schreibt es in die Kommentare, lasst es uns einfach wissen und im nächsten Video, wir haben es bekannt gegeben. Bis dahin, bye-bye und viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. So Leute, drei Monate ist es her, verdammte drei Monate, dass ich auf dem Bike gesessen habe. Und heute ist es endlich soweit. Ich sitze wieder auf dem Bike und befinde mich im Bikepark Willingen. Warum Bikepark Willingen? Ganz einfach, der hat einen Sessellift und mit Tourfahren ist noch nicht, Kondition gleich null. Und das ist jetzt meine Bewährungsprobe für meinen Rücken. Ich habe schon ein paar Abfahrten gemacht. Das sieht man, glaube ich. Ich habe eine wunderbare Frisur. Ja, und wen habe ich natürlich an meiner Seite. Auf den habt ihr doch bestimmt schon lange gewartet. Da kamen ja keine Videos bei mir. Deswegen sage ich ja. Bei mir warst du länger weg. So, also kurze Rede, langer Sinn. Ja, ein paar Neuigkeiten habe ich auch an meinem Fahrrad. Ich habe meine neue Kurbel, ich habe eine neue Pedale, ich habe eine neue Sattelstütze. Warum habe ich das? Ich hatte Langeweile und Geld zu viel. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns nachher wieder auf dem Trail. Bis dahin, ciao, ciao. Gut, okay. So, jetzt fahren wir auf die Freeride. Ist etwas sprunglastiger, wie man auch vom Untergrund sieht. Ein bisschen gröber. So, hier rechts haben wir noch ein paar schöne Norschau-Elemente. Das ist etwas Schmales. Hier ist es eher breiter. So. So. Ja, gehen wir mal da außen rum. Ja, die kommen dann von da. So, okay. Ja, okay. Hier hast du so eine Art Skinny, ne? Was für Gleichgewichtsfetischisten. Ja, das ist ja nice zu machen. Oder der hier. Okidoki. Wie viel lang? Was weiß ich. Da hat das Norschau oder hier? Führen wir mal. Ja? Willst du vor? Was? Wehe ich? Ja. Ach du Scheiße. Ich will nur. Wehen. Ich will nicht mal hinwegen. Scheiße. Oh fuck. Warte. Ja, das war doch. So sollte sein. Ach, da bist du. Den konnten wir abrollen. Ja, hab ich gesehen. Ich denk mal, was war das denn? Ja, so nach dem Motto. Bremsen kann ich nicht mehr. Jetzt muss ich irgendwas machen. Ich hab ja gebremst. Ach so. Was ist das denn? Ja. Ja, ich hab ihn dann jetzt mal. Ich denk so hoch ist er nicht gekommen. Nee, nee. Ging ja. Wow. Nice. So, okay. Ein bisschen Spaß muss sein. Aber jetzt weiß ich, warum der Frank da lang gefahren ist. Das hat er gesehen. Ja. Ja, und das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Ding, dass du so raus trappen kannst. Cool. Das ist doch irgendwie cooler, oder? Ja. Geht weiter? Ja, geht weiter. Boah, mit diesen Panzern. Also hier bin ich auch noch nicht lang gefahren. Diese Parallellinie. Okay. So, jetzt sind wir auf der alten Freeride wieder. Ich muss mal gucken. Ich müsste noch von 2012 ein Video haben, wo ich das erste Mal auf dieser Freeride hier gefahren bin. Das war ja gar nicht mal so schlecht. War ja gar nicht mal so schlecht. Da, da geht die weiter. Okay. Geil. So, das hier ist die alte Strecke. Und wie ich eben schon sagte, ich müsste noch von 2012, müsste ich noch ein Video haben. achустить mal... Und das ist der erste Mal. Und das ist der acesso in der Reihe des Flams, wo ich es vorsehen möchte... Damit was ich vielleicht... Und ich losgekommen. Ich hoffe doch, wenn ich dann immer wieder... Ich hab mich noch eine gleiche Mann Electverrochseins cosa... Ich falando schlecht soll, mit dem nicht. Aber wir wollen euch nochmal auf jeden Fall heute tay… hier geht es lang oh ja ist rumpeliger geworden früher war das nicht so steinig so was 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 ist ein bisschen rumpeliger wie sonst meine herren hier hat es aber ganz schöne bremswellen alter falter ja keine ahnung voll am brüllen okay so dritte abschnitt vom freeride okay auf geht's frank vorne weg aber da seht ihr halt selber ich muss mal gucken was mit meinem schutzblech vorne ist das klappert gerade wie hulle ja und das ist der ausgang hier und das war die freeride nicht wirklich wirst du das erste stück vor oder ich mir egal wissen wir nur sehen dass ich da runter falle das sah zu geil aus frank du kriegst jetzt eine revanche du kriegst jetzt eine redemption ja wo willst du lang ach so alles richtig alles gut ja ja Ich weiß nicht, warum ich immer so langsam wäre. Keine Ahnung, nochmal zurück. Ich weiß es nicht. So, hier lang. Ich kann den hier heute holen. Ich weiß es nicht. 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 Ich weiß es nicht.